Mein Hochzeitsoutfit war schon, dass ich hier auch ein bisschen Ausschnitt habe. Dementsprechend haben Katja und ich so überlegt, was wir denn machen könnten. Solarium wollten wir nicht, ist noch nicht so gut für die Haut. Und sind dann auf Spray-Tanning gekommen. Ich zeige euch ein Bild. Wir erst eigentlich da rausgegangen sind und dachten, das sieht gar nicht so schlecht aus, haben auch der Besitzerin gesagt, dass wir jetzt öfter kommen. Es muss März, April gewesen sein, also eigentlich ist man da noch relativ weiß. Und plötzlich waren wir sehr braun.